Das ist Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training, über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des hybriden Trainings und des Triathlons. Dich heißen herzlich willkommen Jan, Gründer von Janne Team und ich selbst, Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich, der Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching. Bei Aus dem FF bist du genau richtig, wenn du Fitness und Gesundheit nicht nur als Zustand erachtest, sondern sie als Lifestyle definierst. Wenn der Weg dein Ziel ist, dich der Fortschritt im Training antreibt und wenn dir nicht egal ist, mit welchen Lebensmitteln du diesen befeuerst. Jan und ich sprechen hier über alles, was uns bewegt. Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Auf geht's mit Aus dem FF. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach einem versäumten Podcast-Termin meinerseits, because of missing Mikrofon, ist es heute endlich soweit. Es ist Donnerstagabend. Ich bin natürlich wieder verspätet. Der Tim wartet schon länger auf mich. Es ist ein Trauerspiel mit mir. Umso mehr freue ich mich jetzt hier zu sitzen. Und mit dem Tim, in ganz klassischer Tradition, nur wir zwei, aus dem FF-Podcast. Tim, wie geht es dir an diesem wunderschönen, mittlerweile sogar ein bisschen warmen Donnerstagabend? Ja, mir geht es gut. Danke. Du sprichst die Temperaturen an. Heute Mittag tatsächlich einer der ersten Tage im Jahr gewesen, wo das Thermometer mal über die 10 Grad geklettert ist. In der Sonne war es tatsächlich wunderschön, aber jetzt am Abend wird es dann tatsächlich doch wieder knackig frisch. Auf jeden Fall so frisch, dass ich es aktuell noch bevorzuge, drinnen zu laufen, anstatt in der Kälte und der Dunkelheit. Wie ist es bei dir? Ja, ich bin da auch. Also ich werde da immer mehr zum Warmduscher nicht, sondern zum Innenläufer. Ja, zur Mimose. Zur Mimose, hundertprozentig. Und deswegen ist es mir auch noch zu frisch und zu kühl draußen. Wobei heute den Tag über, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr schön. Habe ich genutzt auf der Bahn. Habe ich schon gesehen, ja. Wenn man das natürlich tun kann und noch ein bisschen Vitamin D tanken kann in der Sonne, ist das natürlich was. Ist bei mir ein bisschen schwieriger. Von daher wird es auch später wieder auf eine Studio-Einheit hinauslaufen. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich gehe gerne ins Studio. Ich auch. Ich auch. Also man gewöhnt sich ja an alles. Klar, jetzt zwei, drei Tage hintereinander auf dem Laufband in der Session abhalten, schwierig. Aber drei Einheiten auf dem Band in der Woche schaffe ich schon. Ah, guck mal. Wahnsinn, Mensch. So vom Kopf her. Also, wenn man an vergangene Folgen denkt, da war der Tim so gar nicht im Laufband-Modus. Ja, ja, mein Gott. Es ist, wie es ist. Also, ja, zwei bis drei Einheiten in der Woche auf dem Laufband kriege ich schon hinunter. Aber ich mache ja den Rest gerade auch eigentlich komplett indoor. Also, ich habe meine Radeinheiten indoor. Rudern findet indoor statt. Ich bin aktuell noch sehr, sehr wenig draußen. Ja, ich hatte heute auch einen dienstlichen, relativ intensiven Tag auch draußen. Heute war feierliches Gelöbnis. Da musste ich auch an meine Zeit zurückdenken als Rekrut. Noch völlig unwissend, was für ein Abenteuer mich da erwartet. Und da stehen immer die Kompaniechefs und Abordnungen, Spalier. Und dann ist Truppenfahne, Gelöbnisaufstellung und schöne Blasmusik. War schön. Da stand ich heute vor allem mitten in der Sonne. Also, ich habe so einen leichten Sonnenbrand. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, man sieht es dir an. Das ist schon verrückt, wie schnell das auch geht im Frühjahr. Brutal, brutal, brutal. Von daher, ich freue mich auf die Draußen-Sessions. Vor allem mein neues Gym hat jetzt da auch Möglichkeiten, im Freien zu trainieren. Also, richtig so Outdoor-Geräte. Ja, verrückt. Richtig verrückt. Da bin ich richtig heiß drauf. Ja, richtig cool. Kann losgehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, du sagtest es. Wir haben letztes Wochenende eigentlich fest vorgehabt, uns ein bisschen zu unterhalten. Jetzt ist es ein paar Tage später geworden. Es ist, wie es ist. Jetzt holen wir das Ganze aber nach. Ja, ich freue mich. Jetzt sind es aber ja bei uns nicht mal 14 Tage, die wir hatten, um darüber nachzudenken, was wir aus dem FF konnten. Sondern wir haben es ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr gehört. Ja, richtig. So in trauter Zweisamkeit, wie du es gerade genannt hast. Ja, völlig richtig. Und deswegen ist mein Aus-dem-FF-Thema auch schon ein bisschen länger her, aber noch so präsent, dass ich das gleich mit euch teilen werde. Ja. Ja, ja, ja. Na komm dann. Soll ich gleich? Soll ich gleich? Ja, komm mal raus. Ja, ich konnte Wallballs aus dem FF. Oh. Und das ist für mich wirklich was ganz Besonderes, weil ich mit den Wallballs immer wieder gehadert habe. Nicht nur, weil die am Ende von so einem High Rocks sind, sondern weil ich auch im Training dann so nie den Draht zugewonnen habe. Und mittlerweile habe ich da eine gewisse Form offensichtlich aufgebaut, dass ich da einfach die Dinger abreiße. Also bin hochzufrieden. Ja, unbroken, oder wie? Nee, unbroken noch nicht. Noch nicht, aber jetzt beim Event in München, wo ich mit der Simone da fabriziert habe, da habe ich 30-30 gemacht. Oh, das ist stark. Das ist sehr stark. Da war ich selber überrascht. Mit den Profi-Gewichten, ne? Nee, nee, sechs Kilo. Ah, okay. Aber 30 ist schon sehr stark. Ja, war ich auch, weil es war kein Wettkampf, wo man dann so entspannt abreißen konnte, sondern wir hatten ja ein Ziel. Und da war ich wirklich erfreut. Und jetzt auch am Sonntag bei einem relativ intensiven Workout, auch da die Ballballs mit dem Pro-Gewicht dann, mit dem 9-Kilo-Ball, ja, erfreulicherweise flüssig. Also, verrückt. Cool. Verrückt, verrückt. Kannst du es dir erklären? Ja, vielleicht so ein bisschen. Ich habe ein bisschen das Training verändert. Verändert im Sinne von länger und dafür weniger Einheiten. Also längere Sessions, weniger Einheiten. Ist das der neue Trainingsansatz, den du letztens mal angeteasert hast? Ja. Ja, das ist sehr spannend. Wollte ich dich sowieso schon mal fragen. Also auch natürlich im Podcast, damit da der Ansatz und das Geheimnis auch für unsere Zuhörer gelüftet wird. Ja. Ja, erzähl doch gleich mal ein bisschen, also ohne jetzt von unserem eigentlichen Pfad abweichen zu wollen, aber es interessiert mich tatsächlich. Also letztendlich habe ich gemerkt, dass die Trainingseinheiten, wenn ich sie länger und intensiver mache, irgendwie mehr im Gedächtnis bleiben. Ich mehr Kraft habe, wenn ich einfach auch das Trainingspensum in der Woche runterschraube. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch der ausschlaggebende Punkt, mehr schlafe. Also ich habe ganz klar mir die Regel gesetzt, unter sechs maximal einmal die Woche. Das nehme ich dann in Kauf, aber ansonsten muss die sechs vorne stehen. Und das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel die morgendlichen Gym-Sessions reduziere oder reduziert habe. Einfach um … Ja, man sieht dich selten morgens ins Gym laufen und das Licht anknüpfen. Und das liegt vor allem eben dann auch daran, dass ich sage, ich will hinten raus bei einem intensiven Workout dann am Abend oder am Nachmittag dann alles geben und das mache ich dann auch länger. Also das sind dann nicht nur so Workout-Blöcke, wo ich dann, weiß ich nicht, 30, 35, 40 Minuten abreiße, sondern das geht dann schon auch mal in Stunde, Stunde 10, Stunde 20. Und das ist, glaube ich, und das hat sich relativ gut bemerkbar gemacht bereits in München. Da habe ich das so ein bisschen angefangen und ja, seitdem merke ich, da tut sich was. Ja, extrem spannend. Ich habe jetzt auch mit Nathalie und Simone, also die werden ja vom Luke betreut. Und die haben dann auch so ein bisschen erzählt, was sie machen. Und dann habe ich mir durchaus auch zu Herzen genommen, dass die halt sehr, sehr lange Einheiten machen mit einem intensiven Warm-up. Also wo schon sportliches Warm-up allein schon ist. Und dann die Haupteinheit mit coolen neuen Reizen. Also fand ich ganz inspirierend. Habe ich probiert. Ja, passt. Für gute Kunden. Spannend. Ja, sehr spannend. Ja, ich hatte diese Woche tatsächlich auch, glaube ich, einen Tag, wo ich zweimal trainiert habe. Hat auch bei mir einen Hintergrund, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, was bei mir in den letzten Tagen aus dem FF lief. Ja, aber ja, also es macht sich definitiv bemerkbar, wenn du länger schläfst. Absolut. Ja. Weil die Hauptregenerationsmaßnahme ist eben der Schlaf. Ja. Und auch da einfach vom Mindset her bereit sein, nochmal richtig tief zu gehen in so einer Einheit, hängt unmittelbar mit der Müdigkeit und der Schöpfung zusammen, die du verspürst. Ja. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das da ein Gamechanger sein kann. Ja, und das ist es auch. Also das merke ich wirklich allein an der Heimfahrt von der Arbeit. Es ist immer so mein Müdigkeitsindikator, weil man natürlich dann seinen altbekannten Weg und jeder Handgriff ist quasi identisch wie zum Vortag. Schätzt die Heizung ein im Auto. Genau, da ist das Thema Sekundenschlaf durchaus in der Vergangenheit eine relevante Sache gewesen. Da habe ich halt häufig mal gekämpft und das mache ich jetzt momentan gar nicht. Ich kann das gar nicht reduzieren, dass es jetzt nur der Schlaf ist oder längere Einheiten. Ich denke, das ist eine coole Kombination aus beidem. Das ist wie bei mir, wenn ich gefragt werde, wie hat sich dein Körper verändert, als du vegetarisch wurdest. Ich habe da auch parallel aufgehört, mehr Alkohol zu trinken. Du hast aufgehört, mehr Alkohol zu trinken. Aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe erst gesagt, aufgehört, weniger Alkohol zu trinken. Du hast aufgehört, noch mehr Alkohol zu trinken. Also ich habe dann auch den Alkohol reduziert, machen wir es so. Und deswegen kann ich das gar nicht genau sagen, was da jetzt ausschlaggebend der war. Aber all in all, ja, spannende Entwicklung. Sehr spannend. Weißt du, wo wir es gerade beim Reduzieren und Cutten sind und Sachen verändern? Ich trinke seit fast 14 Tagen keinen Kaffee mehr. Ah, neidisch. Neidisch. Das ist was, nicht nur, weil es ein Umwelt-Lifehack mal war. Ja, stimmt. Sondern auch, weil das Thema Koffein inflationär bei mir benutzt wird. Ja, bei mir war es bei mir auch. Aber von heute auf morgen, das war jetzt auch keine lang geplante Aktion. Aber ich habe gesagt, hey, irgendwie, das kann es auch nicht sein, dass du dir den Kaffee hinter die Binde kiffst wie Wasser. Ja, stimmt. Und das hat mich dann irgendwie auch selber irgendwie, das ist unnötig. Und ob du dir jetzt noch einen Kaffee reinzwingst oder nicht. Und die ersten zwei bis drei Tage waren hart. Hat den ersten Tag Entzug angefangen mit richtig heftigen Kopfschmerzen. Ja. Und Tag zwei und Tag drei war ich unfassbar müde. Also hätte ich im Stehen einschlafen können. Und ab Tag vier ging es tatsächlich richtig bergauf. Also erstaunlich. Das Thema Mittagstief kenne ich aktuell auch nicht. Ach krass, ja, das geht dann nicht. Ja, und es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass ich das komplett aus meinem Leben streiche. Aber vielleicht nicht mehr in den Maßen und Massen tue, wie ich es eben schon getan habe. Dass es meine vier bis fünf Tassen sind am Tag. Sondern, dass es halt mal so eine Genusstässchen am Wochenende wird. Oder einfach kein integraler Bestandteil mehr meiner täglichen Flüssigkeitsversorgung. Sondern halt einfach ein nettes Gimmick im Sinne des Genusses. Ja, und so sollte man das, finde ich, auch betrachten. Ich schaffe es momentan nicht. Weil ich habe momentan keine Zeit für so ein Tief. Ja, verstehe ich. Das passt mir einfach gerade nicht so richtig rein. Und deswegen traue ich mich da irgendwie nicht ran. Aber es ist genau das. Respekt, cool. Wenn wir gerade bei dir sind, Tim, aus dem FF. Ja, ja, ja. Ich habe mir den Punkt Verhandeln notiert. Ach, stark. Ja, hat den Hintergrund, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich aktuell noch studiere. Und in dieser Woche hatte ich zwei, sagen wir es, softere Module, Orchideen-Module. So ein bisschen Beiwerk neben dem, was wir eben an Hard Facts machen, wie BWL und Controlling und so Zeug. Also es gab in der Uni, gab es so Orchideen-Fächer, kennst du die? Äh, nee. An der Bundeswehr-Uni wahrscheinlich nicht. Aber in der normalen Uni gab es halt Orchideen-Fächer. Also so, da konntest du Rhetorik belegen und Körpersprache und so Zeug. Du musstest die machen, aber du konntest letztendlich frei wählen, was du da machen möchtest. Also hätte auch irgendwie, keine Ahnung, Klangholzunterricht sein können. Wir hatten Studium Plus, so nennt sich das bei uns. Okay, ja, siehste. Also was kommt da noch neben den theoretischen Teilen deines wirklichen Wesens des Studiums? Und wir hatten jetzt am Montag und am Dienstag zwei Tage Verhandlungsführung. Ach, krass. Extrem geil. Sagt dir Marc Stein was? Marc Stein. Nee. Jetzt nicht ad hoc, nee. Ähm, Fußballprofi, Hertha BSC, Hansa Rostock und VfB Stuttgart 2. Also war jetzt kein krasses Sternchen des Fußballhimmels. Vielleicht vom Sehen her, könnte sein. Ja, Verteidiger auf jeden Fall. Und der ist aktuell Sportgeschäftsführer der Stuttgarter Kickers. Okay. Ah, deswegen warst du da im Stadion. Ja, genau. Ah, okay, okay. Ja. Und in seiner Rolle führt er natürlich etliche Verhandlungen. Ja. Und hat sich damit auch intensiv in der Theorie auseinandergesetzt. Und der war unser Dozent die zwei Tage. Und das war extrem spannend. Also hat richtig Laune gemacht. Ich habe wirklich nochmal extrem viel für mich mitgenommen. In der Theorie einfach saumäßigen Input bekommen, der mich am ersten Tag auch richtig gekickt hat. Also da war ich abends auch echt fertig, obwohl ich eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Stuhl saß. Ja. Aber war schon extrem, extrem cool. Zweiter Tag dann sehr viel Praxis, also in Rollenspielen Verhandlungen geführt. Und da auch nochmal extrem gut reflektieren und was für sich mitnehmen können. Und habe auch jetzt die Woche schon gemerkt, ich glaube, das ist nachhaltig gewesen, was ich da gelernt habe. Und das macht dann immer Laune, so wenn du aus dem Hörsaal was mitnehmen kannst, was dich auch nachhaltig prägt und was du direkt anwenden kannst. Und von daher bin ich mal so frech und forscht zu sagen, es war das Verhandeln. Ja. Und hoffentlich ist es das dann auch noch in Zukunft, so das Verhandeln, weil du wirst immer wieder in Verhandlungssituationen kommen. Mhm. Und wenn du da so einen roten Faden hast, an dem du dich aufhängen kannst und dich nicht verlierst, weil das habe ich früher immer getan. Ich hatte so einen groben Plan und dann hast du einmal ein bisschen Gegenwind bekommen und weg war der Plan. Und du hast gestottert wie so ein kleiner Bub. Ja. Und hast letztendlich in alles eingewirrigt, was die Gegenseite wollte. Und das Schöne ist beim Verhandeln, eigentlich wollen beide irgendwie eine Lösung haben. Also es ist ja niemand irgendwie in der Verhandlung, um kein Endergebnis zu haben. Und letztendlich musst du halt schauen, dass ein Endergebnis für beide Seiten tragbar ist. Und das habe ich so als Key-Learning mitgenommen und das war schon richtig cool. Es ist auch spannend, es ist auch spannend. Das bestärkt mich auch immer mehr mit dem Gedanken, studiumtechnisch nochmal nachzulegen. Weil ich glaube, zwischen meinem Studium und der heutigen Zeit hat sich viel getan. Erstens. Zweitens habe ich viel gar nicht mehr auf dem Schirm, was man vielleicht auch benötigen könnte, wenn man dann abseits der Bundeswehr sich weiterentwickeln will. Ja. Und fürs Leben an sich. Das ist eigentlich das Coole an diesem ganzen BWL-Topic. Kann man immer wieder Schnittmengen zur Realität finden, ja. Ja, voll. Ich meine, warum mache ich das, ne? Letztendlich nur für mich. Also klar, ich nehme da extrem viel fürs Unternehmen mit. Ja. Und kann das auch direkt anwenden. Insofern kann ich schon auch sagen, dass Fit und Fröhlich profitiert jetzt von dem, was ich da tue. Mhm. Aber letztendlich mache ich das, weil ich auch Bock habe, mich da weiterzubilden. Ja. Und wahrscheinlich gibt es den richtigen Zeitpunkt für so eine Weiterbildungsmaßnahme nie, sondern der ist irgendwie immer jetzt. Und von daher habe ich das ja letztes Jahr angegangen und macht Laune. Ja. Ist echt cool. Ja, ich muss mich jetzt auch so mittelfristig mal festlegen, ob es noch ein Studium wird oder ob ich mit irgendwelchen schwindeligen Zertifikaten arbeite. Mal gucken, komme ich jetzt langsam in die Entscheidungsphase. Ach, du wirst die richtige Entscheidung für dich treffen. Wie immer. Wie immer. Und ansonsten leben wir damit. Wie immer. Ganz klassisch. Tim, apropos Entscheidung, hast du eine schöne Entscheidung für den Umwelt-Life-Hack fällen können? Habe ich. Habe ich. Habe ich. Wir haben vorhin… Ganz kurz, ich habe ja eure, die letzte Folge aus dem FF-Podcast, wo du mit den zwei Mädels gesprochen hast. Ja. Da ist mir hängen geblieben das Thema mit dem Wasser… Kril? Nee, mit dem Wasser, wo Eier aufgekocht wurden. Ja, ja, ja. Bockstark, habe ich gleich gemacht. Ja. Ich glaube, der war von Simone, oder? Der war von Nathalie. Nee, der war von Simone. Doch, von Simone, richtig. Ja, ja, ja. Ich habe gesagt, finde ich schön, den Life-Hack, aber ich kann ihn nicht umsetzen, weil Eier sind ja aus meiner Ernährung gestrichen. Aber an und für sich ein top Life-Hack. Ja, und jetzt wächst und gedeiht es bei dir in der Wohnung, oder wie? Äh, geht so. So viel Eier esse ich gar nicht, sondern ich hatte noch welche übrig vom Backen, glaube ich. Ah, ja, okay. Da sind die herumgeflogen. Sehr gut. Aber deswegen, ah, so Pflanzen und ja. Aber mal eine andere Frage, warum wirst du denn so rot, wenn es um Ikea-Kerzen im Schlafzimmer geht? Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Das stimmt. Ich war schockiert, dass die Mädels gesagt haben, du wärst fast vom Stuhl gefallen. Also, das ist völlig überspitzt dargestellt. Ich wollte es einfach schnell wieder einfangen, nicht, dass sie sich noch dann weiter in dem Thema verrennen. Okay, okay. Wir kennen sie ja, die zwei. Und deswegen bin ich, bin ich etwas angerötet, vielleicht hin- und hergerutscht auf meinem Stuhl maximal. Verstehe, verstehe. Ja. Ja, mein Gott. Auch da, schöner Umwelt-Life-Hack, muss man sagen. Ja. Die Ikea-Kerzen. Aber es könnte, es könnte auch daran gelegen haben, dass wir über das Saarland gesprochen haben. Da sind auch so ein, zwei Ablagen gewesen. So what? So what? So what? Mein Umwelt-Life-Hack für diese Woche, beziehungsweise für diese Folge, hängt mit einer Thematik zusammen, die wir vorhin schon mal kurz angerissen hatten. Das Wetter wird besser. Und was wäre da nicht besser, als morgens schon mal das Auto stehen zu lassen, um mit dem Rädchen zur Arbeit zu fahren? Ja. Das Neudeutsch sagt man ja, commuten dazu. Ehrlich jetzt? Ja, das ist commuten. Ja, das ist commuten. Also einfach mal zur Arbeit commuten, Leute. Das ist sehr stark. Das ist mein Umwelt-Life-Hack. Okay. Ich weiß, es wird bei dir schwierig, aber ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich fahre gerade aus reiner Bequemlichkeit zur Arbeit. Ja. Und es darf und kann und soll eigentlich so nicht sein. Und von daher, let's commute. Let's commute. Und ich, ja. Das Harte ist, dass vermeintlich triviale Commuten ein Life-Goal ist von mir, weil ich es einfach nicht kenne. Mein Arbeitgeber ist so weit weg vom Schuss, da brauche ich vier Stunden anreisen mit dem Fahrrad. Aber dann müsstest du aufs Dorf ziehen, ne? Genau, genau. Also deswegen ist es ein Life-Goal und da beneide ich dich. Ja, wie gesagt, ich muss da auch erst in die Umsetzung kommen. Da will ich jetzt mich nicht besser machen, als ich aktuell schon bin. Aber es ist definitiv ein Vorsatz, den ich mir für die kommenden Wochen gemacht habe. Aktuell noch, also heute Nacht war zum Beispiel die Scheibe meines Autos wieder gefroren, musste ich heute Morgen kratzen. Das ist dann schon noch frisch. Aber ansonsten, ansonsten aufs Rädchen schwingen und die drei, vier Kilometer zur Arbeit commuten. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, mein Umwelt-Life-Goal ist ein bisschen komplexer und ist vielleicht auch so ein bisschen zweidimensional. Es geht um das Commuten, also von, nee, das Committen, Entschuldigung, das Committen zum Thema Nachhaltigkeit in Form von Aktien, Wertpapieren und Fonds. Voll spannend, ja. In Bereiche der, ja, Nachhaltigkeit, der Wasserversorgung, der Dekarbonisierung, solche Dinge. Und warum zweidimensional? Weil in dem Moment, wo du dich auch mit dem Thema Aktien und vielleicht auch so ein bisschen Altersvorsorge beschäftigst, fängst du an Unternehmen kennenzulernen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und du fängst an, dich einzulesen und bist dann mit deinem Geld letztendlich Teil von einer Sache, die total großartig werden kann, aber vor allem auch Möglichkeiten gibt, dass Weiterentwicklung stattfinden kann. Und ich bin da seit OMR-Podcast mit ein paar Apps unterwegs, jetzt ohne, dass ich irgendwelche Tipps gebe oder das regelmäßig mache oder Broker oder was auch immer, sondern das ist eher so, das, was man ein bisschen auf der hohen Kante hat, in Dinge packen, wofür man auch steht. Und das muss jetzt nicht heftig risikobasiert sein, also so mache ich es nicht, sondern eher in Projekte, in Fonds und solche Themen. Und das fühlt sich cool an und das ist, ja, eigentlich so ein schöner Umwelt-Lifehack, der halt zweidimensional ist, ja. Das fühlt sich cool an im ersten Step, noch besser fühlt es sich natürlich an, wenn die Dinger dann auch Rendite bringen. Hundertprozentig, klar. Ja, wovon man aktuell aber, glaube ich, guten Gewissens ausgehen kann, also wenn man derzeit Geld investiert und auf der hohen Kante hat, dann ist das mit Sicherheit eine veritable Anlagemöglichkeit, ganz klar. Ja, und eben das, dass du dich dann damit beschäftigst, also ich habe jetzt Unternehmen kennengelernt, die schon so spannende Projekte haben. Beispiel, hast du da ein Beispiel? Solarparken, klassisches Solar-Thema. Wie heißt das? Renoviat, glaube ich, was für die Abfallverwertung da ist. Windpark habe ich in den Fonds. Also, du tauchst da in ganz viele Dinge ein, wovon du wirklich noch nie gehört hast. Und das finde ich wahnsinnig spannend und kann man schon relativ viel tun für. Ja, voll. Ist geil, definitiv. Im Übrigen ist auch im Bankensektor, also per se, Konto beispielsweise, GLS Bank fällt mir da spontan ein. DKB bin ich auch gewechselt vor zwei Jahren, weil die auch zumindest angeben, nur in nachhaltige Projekte zu investieren. Und ich bin weg von Kreissparkasse und Volksbank. Ja. Das ist die Schlingel. Das ist ein nächstes Thema. Das ist ein nächstes Thema. Auch ein Thema ist, eigentlich mega geile Neuigkeiten, zumal, oder obwohl das eigentlich gar keine richtigen Neuigkeiten mehr sind, weil wir haben es schon angeteasert, aber wir haben gedacht, lass uns doch eine Podcast-Folge daraus machen. Ja. Das sind zwei Camps, die wir planen. Öffentlich ist aktuell eins. Yes. Das an Christi Himmelfahrt. Wir haben aber noch ein weiteres in petto, nämlich das um Pfingsten herum. Ja. Aber jetzt lass uns doch einfach mal Christi Himmelfahrt zum Anlass nehmen, von A bis Z zu besprechen, was ist eigentlich das fit und fröhlich X-Jun-A-Man oder X-Jun-A-Team-Camp? Was passiert? Naja, Tim, du und ich haben ja jetzt auch schon eine gewisse Tradition in unserem Lifestyle-Denken. Angefangen mit einem Podcast-Termin, der, glaube ich, zwei Stunden oder sowas ging, haben wir ja relativ zügig gemerkt, dass da irgendwie so eine Wellenlänge ist. Wir für dasselbe brennen und am Ende beide das große Ziel haben, du im Fit und Fröhlich, ich mit dem Coaching und Instagram, dass wir die Leute irgendwie so ein bisschen gesünder machen wollen. Und daraus ist am Ende entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir eigentlich noch mehr die Leute erreichen und mitnehmen und vor allem dieses Gefühl vermitteln, wie toll das sein kann, wenn man Sport und Gesundheit und Fitness und Ernährung zusammenbringt. Und daraus ist dieses Camp entstanden, wo ich auch sowas von Bock drauf habe. Und ja, ich bin Feuer und Flamme. Ich bin Feuer und Flamme. Ja, also du hast es eigentlich zu 100 Prozent beschrieben. Die Journey geht ja jetzt schon eine ganze Weile. Und ich kann das nur so bestätigen, also was da geplant ist, wie wir es jetzt eigentlich auch schon aufgesetzt haben, ohne da jetzt hundertprozentig jede Minute durch kalkuliert und geplant zu haben, sondern einfach mal zu sagen, hey, wir haben einen groben Fahrplan, was da die vier Tage passieren soll, beziehungsweise drei Tage effektiv, weil wir einen Anreise- und einen Abreisetag haben. Aber was da im und rund ums Fit und Fröhlich stattfinden kann, darf und soll, das ist schon ziemlich cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du hast schon gesagt, also allein diese vier Tage, allein dieses Come-Together, so ein Forum bieten, wo man sich austauschen kann, interessierte Sportlerinnen und Sportler und jetzt nicht irgendwelche Profiathleten, sondern einfach aus dem Alltag da zusammenzukommen. Und ich glaube, das ist eine richtig, richtig schöne Möglichkeit. Ja, klasse. So ist es, so ist es. Und jetzt lass uns doch auch an der Stelle mal so weit wie möglich ins Detail gehen. Ja. Datum. Wir haben definiert, oder wir haben es ja gerade schon mal gesagt, Christi Himmelfahrt ist dieses Jahr der 18. Mai. Richtig. Und da, und da erwarten wir euch, genau, das ist der Donnerstag, da erwarten wir euch alle in, in der Weltstadt Herrenberg. In der Weltstadt Herrenberg, im Fit und Fröhlich. Und das ist eigentlich auch das Schöne, weil wir hatten ja in der Planung so ein bisschen überlegt, wo macht man das? Und es gibt ja Camps, die sind irgendwo fernab, die sind irgendwo im mediterranen Süden. Wir machen es im mediterranen Fit und Fröhlich, wo, wo wir wissen, dass das Wetter natürlich perfekt sein wird, aber ein klasse Ambiente haben. Also wir haben ja nicht nur die Tartanbahn, die Fitnessmöglichkeiten, sondern du hast im Fit und Fröhlich eine saugeile Küche, Seminarräume und Möglichkeiten, vor allem dann am Donnerstag ein bisschen mehr über das Camp zu erfahren, in Form von einem Get-Together und einen Ausblick zu geben, wie dann sich die weiteren Tage gestalten, eben alles in diesem Fit und Fröhlich. Und wenn man, also alle, die da waren, können das bestätigen, das hat einfach einen Flair. Also das hat einfach einen richtig schönen Flair, wenn man dann links auf die Tartanbahn guckt und in das Erfrischende Etablissement kommt. Das ist einfach klasse, ja. Voll. Genau. Und die ganze Anlage sieht und man sieht ja nicht nur die Anlage, sondern in der Regel auch schon Sportlerinnen, die hier Sport treiben. Ja. Ja. Hier ist immer irgendwie was los, hier bist du immer mit dem Sport in Kontakt und natürlich durchs Fit und Fröhlich auch mit dem Thema gesunder Ernährung, sodass wir gesagt haben oder du, das schreibe ich ganz klar dir zu, weil ich gesagt habe, hey, lass mal irgendwo hinfliegen. Und du gesagt hast, ja, aber also du hast doch da das Fit und Fröhlich und ich so gesagt habe, ja, also stimmt eigentlich so. Ja, ja. Und wie du schon sagtest, wir haben ja alle Möglichkeiten, fängt an vom Fit und Fröhlich selbst bis hin zu den Seminarräumen und was wir dann drinnen natürlich dann auch vorhaben, geht weiter mit dem Fitnessstudio selbst. Also wir haben ja nebendran sozusagen 50 Meter Luftlinie, direkt auch ein voll ausgestattetes Gym, das wir dann natürlich auch mit in die Planungen einbezogen haben, sodass das tatsächlich eine richtig, richtig runde Sache werden kann. Ja. Und jetzt fehlt nur noch ihr, also die Leute, die da Bock haben, vier Tage gemeinsam mit uns zu verbringen, den Spirit zu fühlen, wirklich auch Sport und Ernährung durchzuspielen, glaube ich, kann man schon so straight sagen. Ja. Und einfach eine richtig gute Zeit mit Jan und mir zu haben und natürlich auch, und die wollen wir an der Stelle nicht vergessen, mit Nathalie und Simone. Hundertprozentig, weil die beiden erweitern uns fachlich um einen ganz, ganz wichtigen Faktor und zwar das, was wir beide überhaupt nicht abbilden können, das Thema Zyklus, zyklusbasiertes Training und da sind zwei Expertinnen, weil die aus der eigenen Erfahrung da, glaube ich, ganz viele Rückschlüsse gezogen haben und sich daraus Expertise angeeignet haben. Und das ist tatsächlich was super Spannendes. Ich bin mit Simone von München nach Nürnberg gefahren, da hat sie mich mitgenommen. Ich musste zurück nach Berlin und wir haben da einfach uns ewig unterhalten und es war so interessant, weil, und das ist das, was uns vier, glaube ich, verbindet, wir können das, glaube ich, sehr gut vermitteln. Nicht glaube ich, sondern wir können das sehr gut vermitteln, weil wir das selber erleben, erlebt haben und daraus auch Erfahrungswerte geschaffen haben und deswegen ist es, glaube ich, so wertvoll. Und das ist das, weil du gerade gesagt hast, jetzt warten wir nur noch auf euch. Wir wollen nicht, und das ist, glaube ich, so ein bisschen in die Zielgruppe passend, den absoluten Top-Athleten, wenn der Bock hat, natürlich sehr gerne, keine Frage, aber uns ist wichtig, dass das ganze Thema alltagstauglich ist und bleibt. Voll. Und deswegen auch, die Idee des Fit und Fröhlich, Tim, da musste ich dir tatsächlich dein Etablissement nochmal selber vorschlagen. Wir können da alles abbilden, also von einem Kochkurs über Seminare im Sinne von, worum geht es bei einer gesunden Ernährung, was sind die Bausteine, bis hin zu Recovery, also wirklich von A bis Z alles dabei, um danach eben Sportlerinnen und Sportler zu kreieren, die selbstständig und eigenständig das in ihren Alltag wieder integrieren können. Ja. Oder zumindest feststellen, wie geil das eigentlich ist. Genau. Und das weiterleben möchten. Den Wow-Effekt schaffen. So ist es, ja. Und du machst es ja in Teilen schon, also du hast ja immer wieder Elemente im Fit und Fröhlich. Voll, ja. Also wir hatten, genau, so ist es. Und das wollen wir natürlich auch dort mit einbringen. Also wir haben ja schon ein richtig cooles, ich will es mal nennen, Netzwerk geschaffen, rund um mich und das Fit und Fröhlich und unser Team. Ja. Von dem wir auch im Camp profitieren werden, dazu und zu den Details mit Sicherheit jetzt dann gleich an der Stelle noch mehr. Ja. Lass uns doch vielleicht mal durch die Tage gehen, Jan. Du kannst Gedanken lesen. Ja, das macht uns ja mittlerweile auch aus, dass wir uns gegenseitig die Vorhaben von den Augen ablesen können. Ja. Wenn wir mal durch die Tage gehen, also wir haben gesagt, Donnerstag, Feiertag, lass mal einfach nur ganz entspannt ankommen. Yes. Es gibt einen Ankommenstag, Anreisetag, natürlich wissen wir auch, jeder hat unterschiedliche Anreisepläne, kann nicht jeder um 16.30 Uhr da sein und von daher werden wir das relativ offen gestalten. Da gibt es ein Get-Together, da gibt es ein bisschen was zu trinken, bei hoffentlich coolem Wetter hier ein bisschen draußen chillen, schon mal ein erstes Kennenlernen. Dann wird es natürlich ein gemeinsames Abendessen, a la fit und fröhlich geben und wir chillen hier noch ein bisschen, wenn ihr eine Unterkunft braucht, das fällt mir da gerade noch ein, haben wir natürlich coole Tipps für euch. Wir haben uns tatsächlich auch überlegt, ob wir direkt ein Kontingent für euch buchen sollen, aber seht uns nach, dass wir da mal von abgesehen haben, weil das Hotel wollte horrende Summen von uns, nur damit wir mal ein bisschen was reservieren. Also tut es gerne selbst, auf eigene Faust, wenn ihr Tipps braucht, sagt gerne Bescheid. Genau und dann chillen wir da ein bisschen Donnerstagabend, haben ein leckeres Essen, tauschen uns ein bisschen aus und besprechen natürlich auch, was Freitag, Samstag und am Sonntag stattfinden soll. Genau, also da geht es vor allem auch darum, dass wir uns kennenlernen, dass ihr uns kennenlernt, dass wir uns kurz vorstellen und durchaus auch das Ziel formulieren, auch gemeinsam das Ziel formulieren und das ist genau wie der Tim gesagt hat, alles in einer sehr, sehr schönen, entspannten Atmosphäre und das soll sich dann eben dann auch durch die Tage durchziehen und wir werden dann noch die Möglichkeit haben, auch in den Trainingseinheiten uns von den anderen Seiten kennenzulernen, also von den hartlich verbissenen, sportlichen Seiten. Aber natürlich ist der Flair das Entscheidende. Wir wollen uns alle wohlfühlen, also Trainer wie auch Trainierende und deswegen, genau, der Donnerstag im Zeichen der Anreise. So ist es, so ist es. Freitag und Samstag haben wir dann jeweils zwei Trainingseinheiten, wovon wir natürlich noch nicht genau wissen, wie die inhaltlich jetzt ausgestaltet werden, aber wir haben gesagt, wenn wir dann zwei volle Tage haben, dann lass uns die auch nutzen. Wir werden eine Vormittagseinheit und eine Nachmittagseinheit haben, natürlich mit dem Schwerpunkt, wie ihr uns kennt, High Rocks, Ausdauer, Kraft. Ja. Wir haben auch gesagt, wir können vielleicht auch mal eine Regenerationseinheit einlegen, sind da auch gerade noch mit einem Hersteller von E-Bikes im Gespräch, ob wir vielleicht einfach mal irgendwie hier durch die Wallachai eine kleine Tour machen. Schöne, das schöne Goi. So ist es, alles kann, nichts muss. Ja. Aber einfach mal dann auch vielleicht jetzt fern von wirklich hartem und intensivem Training, beziehungsweise auch vielleicht nicht so hartem Training und intensivem Training für manche anderen, kommt ja auch immer auf den Leistungsstand an, entspannte Einheiten mit dabei zu haben, die so ein bisschen auch der Recovery dienen. Absolut. Was natürlich auch immer wichtig ist, es gibt, je nachdem wie fit ihr seid, natürlich auch ein unterschiedliches Leistungsspektrum. Auch da nehmen wir Rücksicht drauf. Uns ist wichtig, dass jeder durchaus vielleicht auch mal ein, zwei Grenzerfahrungen hat, ohne jetzt übers Ziel hinaus zu schießen und mit Verletzungen heimzufahren. Sondern es gilt natürlich auch, diesen Endorphinausstoß zu erleben und auch zu genießen im Anschluss. Und deswegen, je nachdem wie fit ihr seid, wir haben so ein bisschen eine Leistungsgrenze, wenn man so will, eingebaut. Also man sollte schon so eine Laufpace von sechs Minuten pro Kilometer durchhalten können. Einfach, dass man auch ein bisschen einen reibungslosen Ablauf hat. Und dass man auch Spaß hat, weil wenn man nicht eine gewisse Grundfitness hat, dann hat man da im Zweifel auch einfach keinen Spaß. Genau, das ist dann auch im Rahmen so einer gewissen Homogenität. Aber der Tim hat es schon gesagt, die Einheiten sollen nicht überfordern. Sie sollen fordern, das ist ganz klar. Aber und die Zwischenräume zwischen den Einheiten werden natürlich dann mit gutem Essen, auch selber kochen, gefüllt werden. Und wichtig ist halt, dass wirklich dieses Verständnis entsteht, dass das Thema Ernährung mit Recovery und Sport wahnsinnig eng zusammenhängt. Also die Synergieeffekte daraus lesen. Genau so ist es. Zum Thema Kochen kann ich vielleicht ein bisschen was sagen. Das Fitt und Fröhlich ist natürlich auch mit einer Küche ausgestattet. Da werden wir, schauen wir mal, Freitag oder Samstag einen Kochkurs abhalten. Da werden wir natürlich auch am Donnerstag abfragen, was euch interessiert. Also wir werden keine Molekularküche machen, so viel kann ich schon mal sagen. Es wird natürlich fleischfreie Küche werden, also vegan und vegetarisch. Es wird viel Gemüse geben, es wird viel Obst geben, es wird viel Getreide geben, viele Hülsenfrüchte. Also so wird der Mehlplan auch für das komplette Wochenende aussehen. An dem ihr übrigens auch komplett gratis essen werdet. Also das alles ist da in dem Campreis schon inkludiert. Ihr kriegt Getränke, ihr kriegt Essen von uns. Und du hast dafür gesorgt, dass wir auch das eine oder andere Partnerspecial mit dabei haben. Genau, Tim hat es schon angesprochen. Es wird Getränke und Essen geben. Es wird auch Zwischengetränke und Zwischenessen geben, also Snacks und Drinks. Ich bin mit Noko in der Zusammenarbeit. Und die stellen freundlicherweise Care-Pakete für alle Teilnehmenden zusammen. Das heißt, es wird über die vier Tage frei zu bedienen sein an den Noko-Drinks, den BCAA-Drinks. Und die es jetzt auch mittlerweile ohne Koffein gibt, da bin ich ein ganz großer Freund von. Und dazu auch noch die Barbells-Riegel. Also zum Thema Snacken müsst ihr euch keine Sorgen machen, da ist für alles gesorgt. Und genau, da freue ich mich sehr, das ist richtig cool. Sehr, sehr, sehr spannend. Darüber hinaus auch stattfinden am Freitag oder Samstag oder gegebenenfalls an beiden Tagen, weil wir haben ja Gott sei Dank dann jede Menge Zeit miteinander, Seminare. Und zwar zu den Themen Ernährung, Training, zyklusbasiertes Training. Jan hat es schon angesprochen, dafür sind Nathalie und Simone mit am Start. Unter anderem natürlich auch, werden sie uns in den Trainingseinheiten unterstützen, aber natürlich auch Wissen mit euch teilen. Und das Thema Recovery, haben wir noch gesagt, könnte gegebenenfalls ebenso interessant sein. Denn, wie gesagt, da gehen wir sehr, sehr gerne auf das Teilnehmerfeld ein und hören mal rein am Donnerstag, was denn euch so interessieren könnte und was euch dann letztendlich auch einen Mehrwert verschaffen würde. Genau. Und ein Thema hat es auch schon gesagt, also wir Highroxianer, alle vier, die da mitwirken, haben natürlich auch das große Bedürfnis, die Freude Highrox mit euch zu teilen. Und auch da ist die Arbeit mit Highrox derart gut, dass da auch ein paar Elemente von Highrox da sein werden. Ob wir vielleicht sogar einen kleinen PFT anbieten, das sind wir gerade noch in der Besprechung. Aber es wird auf jeden Fall in Richtung Highrox auch gehen. Simone und ich sind ja, ich glaube, zwei Wochen später, dann auch bei der, nee, eine Woche später, bei der Weltmeisterschaft. Also auch da werden wir auf jeden Fall aus dem Nähkästchen plaudern können. Wie da so eine Vorbereitung aussieht. Und ja, also wahnsinnig weitreichende und vielseitige Themen, die da auf euch warten. Ich bin, ich habe richtig Bock. Also ohne Witz, ich habe so, also ich bin grundsätzlich auch super gerne in der Ausbildung bei der Bundeswehr. Und jetzt noch zu einem Thema, wo ich so brenne für. Ich kann es nicht erwarten. Das wird geil, das wird geil. Und auch geil werden könnte dann gegebenenfalls eine Live- aus dem FF-Podcast-Folge, die wir vor Ort aufnehmen würden. Natürlich auch mit der Möglichkeit von euch oder der Camp-Teilnehmer Fragen an uns zu stellen, die wir dann live im Podcast beantworten werden. Aber natürlich auch nochmal einfach, um Einblicke aus dem Camp zu geben, auch Stimmen der Teilnehmer schon mal aufzunehmen und einzufangen, um dann natürlich auch Überblick darüber zu geben, was im zweiten Camp analog stattfinden könnte. Dann werden wir zweimal vier Tage am Start und schauen dann, was Pfingsten so geht. So ist es. Ja, und last but not least dann der Sonntag. Nochmal ein schickes gemeinsames Frühstück. Dann auch alles im Fit und Fröhlich. Da wird quasi so unsere Base sein, wo letztendlich alles stattfinden soll. Und dann tauschen wir uns nochmal aus in einer kleinen Feedback-Runde. Sprechen nochmal durch, geben vielleicht nochmal ein paar Tipps, wie man das auch dann, wie gesagt, mitnehmen kann und beibehalten kann, um dann euch wieder in die Freiheit zu entlassen und mit schweren Beinen und dicken Armen dann wieder in eure Heimat zu kommen. Aber auf jeden Fall glücklich. So ist es. Das kann ich schon mal garantieren. So ist es. So ist es. Und wie du schon sagtest, ich habe auch mega, mega Bock. Bin auch extrem stolz und froh, dass wir das im Fit und Fröhlich machen können, dürfen. Ja, ja, ja. Weil das auch das erste Event ist, wo wir wirklich das vollumfängliche Potenzial des Fit und Fröhlich hier an dieser Stelle nutzen können und werden. Und es ist schon mega geil. Also hier die Bahn, dann auch einfach Fläche, wo du noch andere Dinge machen kannst. Wir können mal ein TRX irgendwo aufhängen und da kannst du dich ein bisschen reinpflanzen. Also mega cool. Mega interessant für alle die, die es mit Fitness und Lifestyle halten. Und gegebenenfalls auch einfach für Freunde von uns aus der Umgebung, von denen ich weiß, dass die einen Podcast hören. Save the date. 18. bis 21. Mai ist euer Datum, wo ihr mal in den Fröhlich kommen könnt, um in Herrenberg ein cooles Camp abzuhalten. Und auch aus dem Grund haben wir gesagt, wir verzichten darauf, in dem Preis bereits eine Übernachtung oder ein Hotel zu implementieren, weil, wie gesagt, können ja auch Leute täglich commuten. Hierher commuten. Oh, stark. Hierher commuten. Also gibt ja eventuell auch jemand, der hier aus der Nähe kommt und sagt, ihr habt da Bock, vier Tage mit uns zu verbringen und kein Hotel braucht. Und von daher haben wir gesagt, Preis ohne Hotel. Und wenn wir schon dabei sind, was kostet das Ganze? Wir haben tatsächlich uns intensiv Gedanken gemacht, was ist ein Preis, wo wir sagen, können wir den Leuten noch zumuten, wo wir aber auch sagen, hey, das wird den ganzen Leistungen gerecht, die wir da an dem Tag oder an den vier Tagen raushauen. Konfliktverpflegung, Essen und Getränke, Partner, Vorträge, die natürlich auch vorbereitet werden müssen. Und wenn wir dann auch mal externe Referenten mit da haben, dann machen die das in der Regel auch nicht umsonst. Das soll auch gar nicht so sein. Und von daher haben wir, glaube ich, am Ende des Tages einen echt fairen Preis gefunden, der sportlich ist für den einen oder anderen, muss man definitiv sagen und kann man auch sagen, aber wir können versprechen, dass jede Minute dieses Camps den Preis rechtfertigt. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt noch schnell seid, also wenn die Podcast-Folge erscheint, gibt es noch die Möglichkeit, bis zum Sonntag, ich schaue gerade mal, welches Datum das ist, den 26. 20. März, das Ding mit einem Rabatt von 50 Euro zu buchen. Yes. Quasi ein Frühbucher-Rabatt. Ah, Mensch. Für die Early Birds, die wir gegebenenfalls mit dabei haben. Und Schwaben. Und Schwaben, denn die bezahlen statt der ursprünglichen 495 Euro für das Camp und die vier Tage, 449 Euro, sparen quasi glatte 50 Euro. Und vor allem, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, okay, ich habe Bock, ich bin dabei, wo kriege ich es, wo kann ich dabei sein? Wo kriege ich es, wo kriege ich es, Leute, ihr kriegt es im Online-Shop des Fit und Fröhlich. Genau. Den wir jetzt, ja, jetzt glaube ich schon zwei Monate online geschaltet haben, wo ihr natürlich auch unsere ganzen eigenen Produkte findet, Nussmus, alkoholfreie Biere, alkoholfreie Weine, die wir im Übrigen auch sehr, sehr gerne im Camp verkosten dürfen. Oh, yes. Also auch wer da Interesse hat. Allein deswegen komme ich. Ja. Also auch wer da Interesse hat, das Fit und Fröhlich ist da euer Gastgeber und auch sehr, sehr stolz darauf, euch die ganzen Sachen präsentieren zu dürfen. Und von daher, wie gesagt, Preis 449 Euro bis 26. März, danach 495 Euro. Yes. Und jetzt vielleicht noch eine relativ wichtige Frage, Jan. Wie viele Plätze gibt es eigentlich? Ja, also grundsätzlich ist natürlich immer wichtig, dass wir eine überschaubare Gruppe haben im Sinne von, dass wir mit euch arbeiten können. Dass es auch eine intensive, auch teilweise eine individuelle Betreuung ist, weil jeder hat natürlich andere Stärken, andere Schwächen. Und da wollen wir auch gezielt darauf eingehen innerhalb der vier Tage. Und seid schnell. Es ist limitiert auf zwölf Plätze, wo dann, nachdem die zwölf Plätze weg sind, ihr dann nur noch das zweite Camp nutzen könnt. Genau, also da haben wir so ein kleines Limit drin, also fix sein und, ja, dabei sein. So ist es, so ist es. Und wenn ihr jetzt fragt, wie kommt ihr eigentlich in den Online-Shop, das Fit und Fröhlich, dann seid unbesorgt. Denn selbstverständlich wird es den Link direkt zur Veranstaltung, die ihr dann online buchen dürft, direkt in den Shownotes geben. Also ihr dürft einfach ein bisschen runterscrollen, gleich bei der Folgenbeschreibung. Und da findet ihr den Link mit dem direkten Draht zur Buchung des Himmelfahrts-Camps oder des Himmelfahrts-Kommandos. Ich musste gerade lachen deswegen. Ja, und ansonsten auf Instagram packen wir das auch nochmal in einen Post rein, wo ihr dann direkt in den Shop kommt. Und genau, also da werden wir auch nochmal den Link reinposten. So ist es. Haltet Augen und Ohren offen. Wir werden es natürlich auch immer mal wieder in unseren Instagram-Stories spielen. Sofern es noch Plätze gibt, kann es gerade auch noch gar nicht abschätzen, wie es jetzt ist, so die kommenden Tage. Aber seid euch gewiss, wie gesagt, das werden vier richtig geile Tage, die sich absolut lohnen. Und wer da Bock drauf hat, auf die Themen Fitness, Gesundheit, Ernährung, der ist da an den vier Tagen extrem gut aufgehoben. Aber sowas von. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Und ich kann da auch für die Kolleginnen sprechen. Die freuen sich auch extrem, weil ich könnte das Camp alleine als Gastgeber sicher nicht stemmen, wenn da nicht irgendwie noch Backup im Hintergrund wäre, die mir da den Rücken freihalten würde, um natürlich auch irgendwo bei der Gruppe mit dabei zu sein und da Input zu geben. So ist es. So ist es. Freunde, wir haben über das Camp gesprochen. Ihr wisst Bescheid. Kommt rum. Fleißig buchen. Und dann werden das vier extrem coole Tage vom 18. bis zum 21. Mai. Ja. So. Ich habe nochmal eben kontrolliert, Tim, wir haben nichts vergessen. Ich denke, ich denke, wir haben nichts vergessen. Wenn ihr Fragen habt, einfach auch auf Instagram schreiben oder E-Mail oder was auch immer. Also kommt auf uns zu, wenn Fragen sind. Keine Scheu. Yes, please. Bitte, bitte, kommt mit euren Fragen auf uns zu. Kriegen immer mal wieder Feedback, Fragen. Könnt ihr uns irgendwas empfehlen? Ich brauche neue Laufschuhe. Was sind da die Erfahrungswerte? Wir versuchen, wo immer es geht und wann immer es unsere Zeit zulässt, da ausführlich Feedback zu geben, Friends. Ja. What's left to say, mein Lieber? Ich würde sagen, was das Camp angeht, sind wir soweit durch. Uns fehlt jetzt nur eine Rubrik. Das ist natürlich, also da kommen wir nicht drum rum. Nee, ist wichtig, wichtig. Ich bin auch hochgespannt, was bei dir im Sinne Vorbild der Woche auf dem Papier steht. Ja, das musst du wahrscheinlich auch noch eine Sekunde, weil wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen. Meinst du die Erweiterung? Die Erweiterung des Podcast Teams. Ja, das stimmt, weil sonst hätten wir wieder Ärger bekommen. Sonst hätten wir sowas von Motze bekommen. Also man muss ja sagen, Nathalie und Simone sind schon sehr streng mit uns. Ja, ja, ja. Und wenn man uns fragt, also wir hatten auch, also wir wurden übernommen. Ja, also der Podcast wurde gekapert. Genau, ja, von zwei forschen jungen Damen, die ihr jetzt auch schon kennt. Und der Tim hat völlig recht. Ich bin super happy, dass die beiden so Bock drauf haben. Die haben nach den zwei Folgen Frauenpower sowas vom Blut geleckt und sind uns die Bude eingerannt und wir können gar nicht anders, wollen aber auch nicht anders. Ja, sie haben halt auch darüber nachgedacht. Also es gab zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen einen eigenen oder sie kapern einfach uns. Und das ist einfach entspannter, uns zu kapern, ne? Absolut, absolut, ja. Ja, und von daher, also ich kann das auch nur so bestätigen, extrem cool, dass die beiden mit an Bord sind, denn das geht mit einer weiteren, wie ich finde, richtig geilen Ankündigung einher. Und zwar der, dass wir es dadurch schaffen, nicht nur alle 14 Tage eine Podcast-Folge rauszubringen, sondern in Zukunft gibt es jede Woche eine aus dem FF-Podcast-Folge. Ja. Wie geil ist das denn? Und ohne Witz, also ich merke das selber an meinem Podcast-Verhalten. Ich sauge die Sachen auf und freue mich, wenn dann wieder ein neues Material da ist. Und dank den beiden ist das jetzt nicht nur das Ziel, sondern das setzen wir jetzt auch so um. Ich freue mich wirklich, dass Nathalie und Simone dabei sind. Zwei richtig, richtig liebe Freundinnen mittlerweile. Also angefangen auch irgendwie so zwischen Instagram und Highroaks und überhaupt. und mittlerweile ist man wahnsinnig häufig in Verbindung und freut mich mega, dass wir jetzt in unterschiedlichen Konstellationen entweder zu viert, zu dritt, zu zweit, alleine wahrscheinlich nicht, in einem wilden Mixed Double, Mixed Three, Threesome ist schon wieder schwierig. Schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, geil. Also richtig, richtig schön, dass die beiden dabei sind. Genau. Erlaubt uns einfach eine höhere Frequenz zu fahren, weil Jan, deine Zeit ist begrenzt, meine Zeit ist begrenzt. Und wir sind uns sicher, da sind Simone und Nathalie einfach die Rettung dafür, dass wir auch sagen, hey, lass uns doch die Frequenz steigern. Weil gemacht hätten wir das schon auch ganz gerne, aber unsere Zeit lässt es einfach nicht zu. Absolut. Und ich merke auch, dass da nochmal eine ganz andere fachliche Expertise reinkommt. Also ich merke das beim Coaching zum Beispiel jetzt, wo Nathalie mir schon die ganzen Damen gefühlt aus den Händen reißt, weil sie einfach so erstens super gut kommuniziert, aber eben auch bei dem zyklusbasierten Training, und da ist Simone auch unglaublich tief drin, ja, einen super wichtigen Input geben kann. Und wir machen es gesellschaftlich paritätisch. So ist es. So ist es. Das ist einfach auch eine richtig coole Sache. Also ich, klasse. So ist es. Also Frauenquote ist bei uns zukünftig kein Thema mehr. No. Denn wir haben jetzt Parität 50-50. Die beiden sind mit an Bord. Mega cool. Und ja, wie gesagt, ermöglicht uns dann nochmal eine höhere Frequenz zu fahren. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt von meinen Stammpodcast-Hörerinnen auch extrem gutes Feedback auf die zwei vergangenen Folgen bekommen. Also zu der Folge, wo ich nicht mit an Bord war, aber natürlich auch zu denen, der ich an Bord war, zu der Folge mit Simone und Nathalie, wo es eben direkt auch um die Zyklus oder um das zyklusbasierte Training ging. Und von daher macht es einfach nur Sinn. Und das ist cool. Vielen Dank und herzlich willkommen, Nathalie und Simone. Yes. Yes. Du hast recht und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder Ärger bekommen, weil ich schon ins Vorbild der Woche starten wollte. Ja. Ohne die Ankündigung. Ja, weißt du, da bist du deinem Show-Wie- und Macho-Ruf einfach mal wieder gerecht geworden. Ja, genau. Weil das einfach die Mädels wieder irgendwie unter den Tisch kehren. Klischees bedienen. So ist es. Wissen wir doch. Ist dir gelungen. Ist dir gelungen. Aber an der Stelle, Nathalie und Simone, bitte motze an Jan diesmal, weil ich bin unschuldig. Ja, kriege ich wieder ab. Kriege ich wieder ab. Ja, völlig zu Recht. Wir werden uns wahrscheinlich dann erst in sechs Wochen wieder hören, wenn die Backe abgeschwollen ist. Wenn du dich psychisch degeneriert hast. Und psychisch erholt hast. Heu leise. Ja, ich habe es schon verstanden. Okay. Vorbild der Woche. Schieß los. Sagt dir Dr. Leon Winscheid was? Ja klar. Ich gehe davon aus. Hat einen richtig guten Podcast, Mann. Hat einen richtig guten Podcast und hat eine richtig coole Sektion. Spendung beim ZDF. Neo hat er. Nee, Terra X. Ah, echt? Nee, auf der Couch. Aber der wird jetzt auch Terra X Host. Ja, der ist so ein Newcomer. Und ich habe jetzt mal so eine Folge auf der Couch gesehen. Muss ich sagen, ist ein bisschen historisch befleckt, weil ich auch mal angefragt wurde für eine Folge auf der Couch. Echt? Beim ZDF. Ja. Voll geil. In Bundeswehrthemen. Okay. So, jetzt muss ich das natürlich über 64.000 Gremien genehmigen lassen. ZDF hat schon ganz unruhig gefragt, Entschuldigung, Teilnehmer, sind sie noch da? Ist immer noch im Genehmigungsprozess, oder? Genau. Ich habe dann immer gesagt, Leute, tut mir leid. Es wird nix. Ich habe Riesenbock. Sehr, sehr spannend. Aber, ja. Schade, schade. Klappt wohl nicht. Genau. Und deswegen habe ich mir mal eine Folge angeguckt. Was ist auf der Couch? Auf der Couch geht es darum, dass zwei sehr kontroverse Meinungen aufeinandertreffen. Also zwei Personen, die eine komplett andere Meinung haben, aufeinandertreffen. Und der Dr. Leon Winscheid, der mit einem psychologischen Background versucht, Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Und das macht er mit verschiedenen Methoden. Also, dass die irgendwie sich gegenüberstehen oder in die gegenseitige Rolle schlüpfen und versuchen, sich dann reinzufuchsen. Super interessant. Und da ist er mir so ein bisschen aufgefallen. Und seitdem höre ich irgendwie immer wieder von ganz vielen Seiten vom Dr. Leon Winscheid schreibt viele Bücher. Und fand ich richtig spannend, sich vor allem eben diesem Kontroversen anzunähern. Das ist ja auch was, was gesellschaftlich momentan sehr schwierig ist. Und er macht es in wirklich sehr, sehr lockerer, entspannter Atmosphäre und erzielt dabei coole Effekte. Hat mich gecatcht. Ja, ist saustark. Ich höre seinen Podcast schon sehr, sehr lange. Den Podcast macht er übrigens mit Atze Schröder. Und ich habe damals gedacht, also willst du Atze Schröder in einem Podcast hören? Ja. Bis ich dann lernen durfte, dass Atze Schröder ein wahnsinnsgeiler Typ ist. Oh, okay. Unfassbar intelligent, unfassbar empathisch, mit so viel Emotion, richtig, richtig gut. Oh, 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 oh. Der Podcast heißt Betreutes Fühlen. Absolute Podcast-Empfehlung. Und zwar geht es da jede Woche um ein anderes Gefühl, beziehungsweise eine psychologische Fragestellung. Ja, das kommt auf meine Liste. Kommt auf meine Liste. Tim, du raubst mir Zeit mit deinem Podcast. Ja, das tut mir leid. Aber du hast ihn ins Spiel gebracht und von daher führe ich das Ganze nur einfach mal ein Stück weit fort. Extrem cooler Podcast, also bei dem ich auch schon extrem viel lernen durfte. Und natürlich sind die auch deep. Also muss man auch sagen. Ja. Die sind deep. Nice. Cool, danke. Ja. Sehr gerne. Im Übrigen, Dr. Leon Windscheid, Funfact am Rande, weißt du, wie er das erste Mal richtig, in Anführungsstrichen, Berühmtheit erlangt hat? Wurde er mit Joko Winterscheid verwechselt? Nee. Also kann schon sein. Nee, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Der hat die Millionen bei Günther Jauch gewonnen. Ach doch. Ach klar. Ja. Mann, stimmt. Der hat die Millionen gewonnen. Hat mir meine Freundin erzählt. Ach, ich bin so doof. Als eine der wenigen. Als eine der wenigen, die Millionen bei Günther Jauch abwenden. Und relativ jung. Relativ jung, ja, weil es einfach ein schlauer Kopf ist. Und das nächste ist, von seinem Geld hat er sich die MS-Gütter gekauft. So ein Mini-Bötchen, ne? Das ist, ja, ich weiß nicht, ob es Mini ist oder nicht, aber auf jeden Fall so ein Veranstaltungsschiff. Und hat es dann nach Günther Jauch benannt. Hat es nach Günther Jauch benannt. Also MS Günther heißt das Boot. Und da finden Partys, Veranstaltungen statt. Und ja, also Unternehmer auch, ne? Echter Unternehmer, nicht nur irgendwie hier Moderator, sondern Multi-Unternehmer. Hat das Boot, hat jetzt hier seine Sendungen, hat ein eigenes Coaching-Programm auch mittlerweile. Ja, ja. Wo es halt um psychische Gesundheit geht. Ich sehe auch gerade, seine Studien zu Frauen in Führungspositionen publizierte er gemeinsam mit Spitzenforschern aus der ganzen Welt. Wahnsinn. Ja, ja, ist eine Maschine. Okay, okay. Ja, ja, ist eine Maschine. Und er ist übrigens, er hat ein Bühnenprogramm. Also kannst du hingehen, wie zu so einem Comedian. Wie heißt das? Überflieger, sag ich dir. Ja, voll. Gute Gefühle, die neue Tour. Ja, Gute Gefühle. Gute Gefühle, Tour 23. Hat auch ein Buch geschrieben, Spiegel Bestseller übrigens. Ja, ja, ja. Besser fühlen heißt das, glaube ich. Ja. Ja, mega Glück. Also absolut kann ich das nachvollziehen, dass das ein Vorbild der Woche ist. Muss ich relaten. Ja, richtig cool. Ja. Wie ist es bei dir? Es ist Denise Hermann Wick. Biathletin. So ist es. Ja. Noch eine der wirklich erfolgreichen aus der Ära der vergangenen Jahre, würde ich mal sagen. Ja. Fast schon Jahrzehnte. Leider. Ja, so ist es. Jetzt in dieser Woche ihren Rücktritt bekannt gegeben. Mhm. Und ja, also der deutsche Biathlon hat nicht mehr so viele Lichtgestalten und sie ist eine davon gewesen. Ja, ja, ja. Jetzt zurückgetreten nochmal mit einem Erfolg bei der Ski-WM. Hat er nochmal eine Goldmedaille geholt. Sie ist mehrfache Weltmeisterin, Olympia-Gewinnerin, also bei den Olympischen Spielen. Sie ist eine, genau, Olympiasiegerin, eine goldene Medaille geholt. Und ihre Geschichte ist spannend auch, weil sie kommt ursprünglich. Kommt aus dem Langlauf. Ja, richtig. Ja, ja, ja. Also ist erst ohne Knarre rumgelaufen und hat dann gedacht, ein bisschen schießen wäre eigentlich auch ganz geil. Spannend. Und hat dann die Biathlon-Welt aufgewühlt. Ja. Und von daher, und jetzt auch so zum langsamen Ende der Wintersportsaison, Shoutout an Denise Hermann Wick. Echt coole Karriere hingelegt. Cooles Lebenswerk, ja. Cooles Lebenswerk, genau. Die kann jetzt echt in totaler Entspanntheit abtreten und kann sagen, hey, ich habe es gerockt. Und von daher, mega cool. Ja. Ich bin absoluter Wintersport-Fan. Wenn morgens dann direkt der Fernseher angemacht wird und man dann in die Wintersport-Welt eintauchen kann. Und Biathlon, ah, hype ich richtig. Und deswegen fand ich es super schade. Ich habe es jetzt auch gelesen, dass sie da zurücktritt. Und, ähm, da fehlt, sie reißten doch, sie reißten doch. Ja, voll. Weil halt auch tatsächlich noch nicht absehbar ist, was nachkommt. Genau. Also es gibt nicht so viele Sternchen jetzt noch im deutschen Biathlon. Da gab es mal bessere Zeiten, aber wer weiß, vielleicht machen ja Talente auch tatsächlich nochmal einen richtigen Sprung. Ja. Die nächsten olympischen Spiele sind in zwei Jahren, meine ich. Mhm. Ja. Und dann wird man mal sehen, was da so kommt. Ich bin auch gespannt. Yes. Schön, Tim. Richtig schön. Knapp über ein Stündchen. Wir wollten es eigentlich relativ kurz halten. Ich glaube, das ist uns. Haben wir uns wieder verquatscht mit. Ach ja, Gott, mein Gott. Ich glaube, um wieder auf dieses alte Thema zurückzukommen, ein guter Podcast dauert halt so lang, wie er dauert. Wie er dauert. Von daher, glaube ich, war das doch sehr informativ. Wir haben vielen natürlich auch Werbung in eigener Sache gemacht, aber nichtsdestotrotz auch inhaltlich ein bisschen was liefern können. Und ich fand es cool. Mir hat es Spaß gemacht. Hundertprozentig. ist das Wochenende zweimal im Einsatz, was gut ist für die Firma. In dem Fall halt nicht gut für meine High Rocks Saison, aber mein Gott, ein paar Rennen gibt es noch, vielleicht schaffe ich da noch irgendwie spontan mal vorbeizufahren. Unbedingt, unbedingt. Ja, und dann ist es, wie es ist. Vorhin wollte ich dich nicht unterbrechen. Ich bin eigentlich sehr happy darüber, dass ich mir das gemerkt habe, meine Frage zum Abschluss. Und dann halte ich auch meine Klappe. Du sagtest, du fährst mit Simone nach Manchester. Du bist aber auch im Man-Double qualifiziert, richtig? Richtig. Wir haben ja damals in Basel, also der Jill und ich, die Qualifikation geschafft. Aber irgendwie dann, oder anders, ich habe jetzt mit Simone einfach gemerkt, ich glaube der Jill macht auch ein Einzel. Und mit Simone ist es so ein bisschen durch Zufall entstanden. Die ist dann so eingesprungen, eigentlich wollte ich mit Nathalie eins machen, dann ist sie verletzt gewesen oder hatte, glaube ich, keine Zeit. Und dann hat Simone gesagt, na gut, dann, ob ich jetzt 16 High Rocks in der Saison mache oder 17, ist völlig egal. Also fahre ich halt nochmal gespürt nach München und reiße mit Jan dann einfach so eine kleine Nummer ab. Und schwuppdiwupp sind wir bei 59, 55 rausgekommen. Meine bisher stärkste Mixed-Double-Zeit. Und ja, seitdem steht der Plan, in Manchester Mixed-Double anzugreifen. Und ich bin seit München Feuer und Flamme, was das Training angeht. Ich bin richtig heiß. Ich habe Bock, in Manchester da was abzureißen. In der Halle warst du auch schon mal, ne? In der Halle war ich schon mal. Mega geiles Setting. Also allein das ist schon eine Reise wert und eine Weltmeisterschaft. Also das ist schon geil. Ja, ich freue mich tierisch. Und auch Simone ist unfassbar fit. Also geil. Ich habe Bock. Richtig gut. Und deswegen wird es das Mixed-Double werden. Richtig, richtig gut. Dafür drücke ich euch jetzt schon die Daumen und verabschiede mich aus dieser Folge, über dass ihr dir die letzten Worte... Hat Spaß gemacht, mein Lieber. Wir hören und sehen uns demnächst wieder, ganz sicher. Und an euch. Wer natürlich die Show Notes checkt, kann auch direkt eine Bewertung auf Spotify oder Deezer oder Soundcloud oder mal einen YouTube-Kommentar da lassen, weil auch da findet ihr uns zwar nicht im Bild und Ton, aber... Äh, zwar nicht im Bild, aber im Ton. So. Ja. Und das ist eigentlich alles, was ich zum Schluss noch zu sagen habe. Ich wünsche euch einen schönen Abend, beziehungsweise viel Spreude noch beim Hören anderer Podcasts oder unseres Podcasts und wir hören uns zeitnah wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ja, auch mir hat es super viel Spaß gemacht in der trauten Zweisamkeit und ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt mit euren Liebsten und es hat mir tierisch Spaß gemacht. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Tapfer bleiben. Morgen ist das Wochenende. Da bleibt ihr natürlich auch schön sportlich und aktiv und hört dabei ein bisschen aus dem FF-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram. Quatsch mit uns und ich freue mich auf euch über Instagram, aber auch im Camp und damit halte ich jetzt die Klappe. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann.